Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Eva und Adam Box von Schwabba Ortak. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Eva und Adam von Schwabba Ortak. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-dunkelgraue Box. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, Eva und Adam, das Ganze heute am 29. März erschienen. Es ist das Debütalbum von Schwabba Ortak. Wir haben hier eine schwarz-graue Box. Hier lesen wir Schwabba Ortak in solchen asiatischen, ich glaube es sind japanische Zeichen. Und in der Mitte lesen wir Eva und Adam. Das Ganze ist auch ansonsten in so einem asiatischen Stil gehalten. Wir haben hier rundherum so Rahmen und Ornamente und hier jede Menge Schriftzeichen. Unten lesen wir Schwabba 3, wobei 3 hier für den dritten Bezirk in Wien steht, für Landstraße 1030 Wien. Dann lesen wir hier Eva und Adam. Oben wieder Zeichen, auf der linken Seite der Albumtitel. Und die Rückseite ist in diesem Fall im Querformat gestaltet. Auch hier wieder so Rahmen und Ornamente, Credits und Barcode. Gut, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Es ist eine Clubbox. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal mit dabei eine Bauchtasche. Dann haben wir eine Bonus-EP. Das Album an sich. Einen Stickerbogen bestehend aus 6 Stück, also 6 Stickern. Und ein Poster. Von ihnen ist die Box glatt schwarz. Klappen wir das Ganze mal wieder zu. Und die Box kommt aber zur Seite. So, und nachdem das Album hier noch in Folie ist, werden wir das auch noch aufschneiden. So, einmal hier oben. So, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier ein Standard-Jule-Case. Und hier auf dem Cover haben wir den Interpreten schwarz-weiß abgebildet. Schwaber-Ortag, Eva und Adam lesen wir auch hier wieder. Und er dürfte hier gerade im Kreise seiner Freunde und Bekannten sein. Also hier links steht wohl eine junge Frau und rechts hier diverse Männer an seiner Seite. Und dieser gute Mann hier mit der Nike-Karpe dürfte ihm gerade irgendetwas erklären. Ja, hier auf der Seite lesen wir dann auch wieder Interpret plus Album-Titel. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, die optisch sehr interessant angeordnet ist. Also es geht hier los mit Track Nummer 1. Dann zieht sich der Kreis hier so durch bis Track Nummer 15. Nein, 17 sogar. 17 Tracks haben wir hier insgesamt. Und wir haben hier einige Features. Wir haben hier Features von Amar, Emirés, das ist auch ein Wiener Rapper. Pirelli, ebenfalls aus Wien. Dann haben wir hier ein Feature von Droogie Boys und S-Ref. Ein Feature von Rav Camora, der jetzt sein Versprechen einlösen konnte auf diesem Album. Und dann haben wir hier noch ein Feature von Chef Saleh und Maniak. Ja, also wir haben hier jede Menge Features auf diesen 17 Tracks verteilt. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Was haben wir hier? Wir haben hier die ersten Tracks. Und was interessant ist, wir haben hier, das sind keine Textzeilen, sondern das sind Widmungen bzw. Erklärungen zu den einzelnen Tracks. Also wir haben hier zum Beispiel, wenn wir jetzt den Track hier mit Amar nehmen, Track Nummer 3 Simba, dann lesen wir hier unter anderem, Amar war einer der ersten Rapper, den ich übertrieben gefeiert habe. Also, das gefällt mir richtig gut. Sehr persönlich gehalten. Man hat hier wirklich pro Track die Infos, die Hintergründe. Was bedeutet ihm dieser Track? Das ist sehr schön gemacht. Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Produzenten der einzelnen Tracks. Also wer hat den Beat hier beigesteuert? Dann haben wir hier ein Foto, auch wieder in schwarz und weiß. Weitere Fotos, weitere Tracks. Zieht sie jetzt so designtechnisch durch. Und die Fotos sind immer in so einer eingerissenen Optik. Also als wären hier irgendwie eingerissen bzw. rausgerissen. So sieht das aus. Komplett in schwarz und weiß gehalten, das komplette Artwork. Dann hier eine Doppelseite. Weitere Fotos. Jawohl. So, und dann haben wir zum Abschluss noch eine unfassbar lange Danksagung. Also ihr seht selbst hier, beide Seiten komplett bedruckt. Nur mit einer Danksagung. Das ist echt krass. Und dann, okay, noch eine dritte Seite Danksagung. Und zum Abschluss gibt es natürlich noch die Credits zum Album. Gut, dann die asiatischen Schriftzeichen. Kommen wir zur Album CD. Die sieht so aus. Eva und Adam ist von der Oberseite so in dieser spiegelnden Silberfarbe wie auch die Rückseite. Hier lesen wir dann wieder Schwaber 3. Damit nicht genug. Wir haben noch eine Bonus-IP dabei. Und zwar die Babylon Club EP. Sieht so aus wie so ein Neonschild, wie so eine Reklametafel. Hier haben wir fünf Tracks mit dabei und ein Feature von Semco. Und das wurde auch schon als Track ausgekoppelt. Also generell zum Album wurden hier jede Menge Tracks schon per Video ausgekoppelt. Und dieser Track wurde auch schon ausgekoppelt als Video. Genauso wie dieser. Also diese zwei Tracks wurden auch schon von der EP ausgekoppelt. Es gab echt jede Menge Videos im Rahmen der Promophase. So sieht dann die CD aus. Auch hier wieder beidseitig in dieser Silberoptik. Dann haben wir Sticker mit dabei. Und zwar haben wir hier sechs Stück an der Zahl. Also sechsmal ident hier dieses Logo Schwaber 3. Hier ist dieser Sticker schwarz-weiß gehalten im Querformat. Dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Das ist in diesem Fall ein Poster. So. Und dieses Poster sieht so aus. Wir haben hier, wie auch schon im Booklet, auf diesen einzelnen Fotos die Interpreten hier mit Zigarette abgebildet. Dann rechts der gute Mann, der gerade mit ihm spricht. Und es dürfte, wenn ich mich nicht täusche, echt das Foto sein, das auch beim Cover verwendet wurde. Also sehr ähnliche Szene zumindest. Nur eben im Hochformat und ein bisschen eine andere Perspektive in diesem Fall. Und oben lesen wir dann auch wieder Schwaber-Ortag, Eva und Adam. Das Poster kommt im Hochformat und ist einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Bauchtasche, also eine Umhängetasche. Auch hier haben wir wieder das Logo. Wir haben hier vorne ein kleines Fach. So sieht das aus. Also hier für kleinere Gegenstände geeignet. Und dann haben wir hier noch eine zweite Tasche, beziehungsweise ein zweites Fach. Das ist mehr so die Haupttasche. Die ist relativ groß. Da kann man dann gut Geldbörse, Handy, was auch immer reinpacken. Und wir haben hier auch noch einen Zettel. Was lesen wir hier? Das Ganze ist, wenn wir es lesen können, jawohl. 100% Polyester und made in China. Grüße gehen raus. Dann machen wir mal wieder zu. Von hinten sieht das Ganze so aus. Und wir haben dann hier einen Gurt mit dabei. In schwarz gehalten mit dieser Schnalle hier, um das Ganze entsprechend zu schließen. Und das kann man natürlich dann hier größentechnisch anpassen. Also je nachdem, ob man es um den Bauch oder um die Schulter hängen möchte, kann man das dann hier entsprechend einstellen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche in schwarz und weiß gehalten. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Das Sticker-Sheet, die sechs Logo-Sticker hier auf einem Bogen. Die Bonus-EP Babylon Club mit fünf Tracks, sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Eva und Adam von Schwaber Ortag. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schwaber Ortag unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.